Da geht's hoch! Habe ich mal wieder nicht geguckt, weil rechts die Ablenkung erwarten. Hm, weißt du, das ist für mich noch normal, dass hier aber auch kein Adler ohne Tag ist. Das glaube ich einfach nicht. Dann gucke ich kurz so. König. Ja. Also für einen Dino muss ich so einen sehr... Hm. Zerlegen? Was gibt's? Stoff. Oh, zerlegen. Nahrung, Gesundheit, wir brauchen Futter. Zerlegen. Wir brauchen benutzen. Hä, wir haben noch keine Kohle gefunden. Mann! Deswegen will ich sowas noch nicht wegschmeißen. Ne, nicht 7,9. Das ist aber auch wichtig. Boah, da muss man gehen. Dann müssen wir nochmal zurück. Ist der mitgeguckt? Naja, mach ich mal. Buh, soll ich nicht gut sein. Scheint nicht nur einer zu sein. Ah, das sind halt krasse Ressourcen die hier oben, Christian. Ja, ich komm noch gleich runter. So. Mach mal hier mal hin. Hier. Waffentasche. Ah. Ja, nur für 17 ist es nicht wert. Zerlegen. Zerlegen. Dann mal weniger einstecken. So. Jawohl. Ja, ich hör dich ja. Oh. 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 Komm hier. Was? Wo bist denn du? Bist du schon drinne? Ja. Ja. Bup. 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 Wir machen Musik mit Zombies. Hasi. Hätte ich gerne, aber dazu müssen wir die Klermotten ausziehen, sonst kommen wir niemals hinterher. Und das ist schon wieder weg. Ne, da ist Hasi. Hasi ist nicht clever. Trotzdem noch zu schnell. Hasi legt ich einfach mal hin. Genau. So. Es gibt gleich, Baby. Schön, wieder so viel Übergewicht. Ne, immer noch. Passt. Und das ist sogar die Richtung, die wir gekommen sind. Das kennen wir schon. Da hinten ist der Bude. Na ja, immerhin. Wir haben es um 10. Wir gehen jetzt dort rein. Machen die Quest. Geben ab, holen uns die Lootkiste und dann soll es das gewesen sein. Na komm, ein bisschen lädt sie noch durch. Haben ja immerhin schön Loot rausgekriegt. Ach, ich bin schon lange voll. Mensch. Na, wenn die Klamotten nicht anhören, ist das auch eine ganz andere Ausdauerregeneration. Nein. Wie geht es denn aus? Ne? Ich dachte schon. Bei Regen gehen sie aus. Kann es auch nicht wieder anzünden. Hohohoho. Brüllofen. So, raus. Nein, das. Raus. Das wollen wir hier drin. Das nicht. Das kannst du mit hier reinpacken. Das auf jeden Fall nicht das. Trinken hat man hier noch. Das packen wir ins Feuer. Das ist Munition. Das war es. Apropos Feuer. Das da. Ah, pack's hier mal zwischen bitte. Kladderadatsch. Nein, das war drüben drin, ne? Genau. Das war auch drüben drin. Das auch. So, die Teile kommen wieder hier rein. Das kommt rüber. Das ist bestimmt hier. Ne, das ist auch alles hier. Ja, da muss ich mal alles draußen. Ich schleppe viel zu viel mit mir rum, ne? Nehmen wir das auch aus. Ein paar Verbände dabei. Brauche ich Holz? Brauche ich das? Ich brauche das alles nicht. Und dann kriege ich damals noch die Fresse und sterbe, weil ich die Tablette nicht dabei hatte. Wäre auch nicht das erste Mal. So, wir latschen zurück und stoppen die Quest. Jetzt hängt da auch noch Luft. Egal, lass dich ablenkeln. Weiter. Die Quest wollen wir jetzt noch schaffen. Nicht ablenken lassen. Aber ich will. Fighten. Oh, kannst alles schön zerlegen da oben drauf. Sieht auch cool aus mit der Sensei da oben. Mann, gut, dass die Zombies so doof sind und das nicht wegnehmen, ne? Um reinzukriechen. Ist das eine Hündel? Sind das viele Hündel denn dort? Gibt es vier Essen? Es bohren sogar die ganzen Autos wieder. Nice. Macht dann richtig Spaß, wenn du die hier mehrfach weg machst. Dann hast du dann auch Batterien und Motoren raus. Gerade bei denen, ähm, so voll wie die noch sind, beziehungsweise nur leicht lädiert. Der hier war ja schon fast voll Schrott. Da ist ja auch kein Motor mehr dran. Nimm mal dort in die Hand, das soll man später. So, und das ist mal was. Und damit wir nebenbei schon was zu tun ist, kannst du die gleich zerlegen. Ach, die Scheiße. Ich hätte es auch noch so machen sollen, weil das dauert lange. Jo. Goldroten Samen braucht man nicht. Auf keinen Fall. Das haben wir schon mal. Kleber. Ahja, komm. Wollen wir hier schon? Ja, haben wir schon. Uff und popp. Nein. Popp und popp und popp. 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 Oh, da ist es. Guck mal. Jetzt hat's gar nichts oder nicht. Danke schön. Wash your uncle? Was macht das denn? Hechtrolle! Hilfe! Hallo, was ist das? Ja, meins. Komm, der raushüpft. Hammer, 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 hammer. Da können wir schon mal reingucken. Bisschen mehr zerfuttern wär, wenn's wünschenswert. Da lass mal zu. Was ist das? Die können wir auch schön zerlegen. Ist natürlich nicht ratsam, gerade mit dem reinstehen ich gerade hier in der Hand hab. Denn der ist nur Level 1. Hält nicht lang und muss dann wieder repariert werden. Selbstgebautes Gewehr, aber immerhin 55 wert. Der ist 3 wert. Schatz. So, hab ich gern bei hinten. Goldrotentee benutzen. Bier, auch geil. Gibt mir doch mal endlich einen Grill oder einen Topf. Da ist der Topf. Rezept Topf? Nein, Koch Topf. Jawoll, endlich. Endlich. Und du siehst. Das Zeugs ist auch wieder da. Und dann können... Na ja, gut. Nee, bauen wir nicht noch mal. Versiegelt da schon weh. Hier. Atme? Ja, Atme. Und her damit. Sehr schön. Essen. Essen. Damit sind wir fast voll. Inzwischen. Jetzt will ich mit Kronogon zerlegen. Das sollte nämlich nicht sein. Maisköln. Nimm mal mit. Wir haben noch keine Farben gefunden. Ne, unten drauf ist auch nichts. So, das brauchen wir nicht. Wir gucken noch mal fix aufs Ortchen. Papier. Ja, hier außen rum müssen wir überlaufen. Auch wenn er so schreibt, bleibt drin. Das war ja auch. Und hier kriegst du halt beides raus, ne? Elektrische Teile und die anderen Teile. Wieder eingedrückt. Die mechanischen Teile. Und die elektrischen. Früher gab es hier ab und zu auch noch mal ein anderes Teil. Oh, mein Schatz. Was denn das früher? Da kannst du dann auch wie bei so einem, wie bei einer Heizung noch mal richtig schön Scrap rauskriegen von dem gelben Zwecks. Ich will kurz sagen, hier sind wir noch vorhin hochgekommen. Hier um die Ecke wollen wir noch. Ein Vogel? Nein. Ne Truller. Und damit fertig die Quest. Wir sind überall geworden. Na, ich glaube die Metallrüstung braucht man nicht, ne? Die alte Metallrüstung, die hält uns nur auf. Das ist schade. Jaaaa. Ich nenne mal lieber das Zicken mit. Und dann auch was man noch das in der Grund. Und jetzt noch das Weren Ding. Ööööööö, groben Schrott könne zu zerlegen. Aber Kunststoffsäden, die war doch geil vom Bogen Weiter, jawohl Haben will Komm, wir müssen zerlegen Das meine ich hier, Messingheizkörper Zerlegen Da war jetzt auch wieder irgendwo drin Zerlegen Zerlegen Sonst muss man irgendwas anderes liegen lassen Das wäre schade Schade Bier Benutzen, auch wenn es Quatsch ist Wieso habe ich jetzt hier einen mehr? Wieso habe ich jetzt hier einen mehr? Wieso habe ich jetzt hier einen mehr? Wieso habe ich jetzt hier einen mehr?